heute wird schon so ein kleiner traum war von mir zumindest ein kleiner ein kleiner großer und lisa hat bestimmt auch wie immer bock ich habe wirklich bock heute wird aufgebaut ich freue mich drauf das vorweggenommen heute wieder aufgebaut ich habe jetzt nichts spezifisches ausgedacht worauf freust du dich hallo geht ja nicht so viel ich habe jetzt gerade die regiestation aufgebaut und kontrolliere ob die signale stabil sind und ob hier alles funktioniert wir haben nämlich einen kompletten aufbautag für mehrere drehtage hier im studio und das tatsächlich mein erstes mal in so einem richtig schönen studio set und es ist einfach gleich wir können richtig richtig schöne sachen leuchten das macht viel spaß langsam merkt man das so ein bisschen das stresslevel steigt ist nämlich mittlerweile schon 16 uhr aber dafür haben wir auch schon viel gehangen wir machen hier verschiedene setups dass wir schnell zwischen tageslicht nacht abend dämmerung und so weiter tauschen können hier auf der seite gibt es noch eine green box die wir aufdrehen werden die war zum glück schon pre lit ist übrigens auch sehr ungewöhnlich wir leuchten mittlerweile überhaupt nicht mehr mit kunstlicht aber hier ist alles wird kunstlicht eingeleuchtet und wir haben wirklich die komplette aperture palette mal dabei wir haben mehrere 1200 ds wir haben x novas wir haben 600 d 600 x wir haben echt sehr sehr viel kran dabei und das geile daran ist dass man einfach alles was ipad steuern kann und mega chillig alles im griff haben kann mir lindski hat sie ja wo war hi moin Alright, der Aufbautag neigt sich dem Ende. Joscha hat es auch noch besucht, tatsächlich. Joscha, wie geht's dir? Die internettaugliche Antwort, bitte. Ach so. Geh weg! Jut, wir sind auf jeden Fall soweit vorbereitet. Wir müssen am Drehtag selber dann noch so die letzten Feinabstimmungen machen. Haben jetzt eigentlich schon mal alles größtenteils aufgebaut, auf, vorgehängt, vorgeleuchtet, im iPad programmiert. Ja, ich glaube, es wird okay. Ja. Es macht auf jeden Fall Spaß, im Studio zu sein, weil hier alles so optimal ist. Man kann einfach alles unter Kontrolle bringen, das ist irgendwie schön. Wir haben hier irgendwie drei Tage in diesem Studio verschiedene Sets und ich glaube, das meiste davon wird echt cool. Ich freue mich am allermeisten auf die Nummer, weil wir Besuch bekommen von einem Schauspieler, mit dem wir sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne drehen. Und das Set sieht sehr geil aus. Und ich glaube auch, dass das Licht für das Set sehr, sehr geil wird. Also da freue ich mich nicht so auf, das wird schön. Dementsprechend, Hashtag des Tages StudioLive ist live. Happy, happy wife, happy soo... Nee, Hashtag des Tages. Happy light, happy life. Die Lisa aber auch, ich fand den ehrlich gesagt ziemlich gut. Das Wichtigste ist immer noch mal nachschminken. Komm her!